Wir machen Fortschritte. Ist das gut? Ich befürchte nur, ich habe Colette nicht die Chance gegeben, zu denken, was sie denkt. Zu fühlen, was sie fühlt. Deswegen bitte ich Sie beide, noch etwas abzuwarten und nochmal darüber zu reden. Überdenken Sie es. Unsicher zu gehen. Es gibt Sachen, die kann man nicht rückgängig machen. Und das eine ist... Wir haben den Namen ausgesprochen, was ich fühle. Aber als Sie das erste Mal in Warnert, Sie haben andere Gefühle. Freude. Hoffnung. Geben Sie diesen Gefühle aus, um es verarbeiten zu können. Gemeinsam. Es ist schrecklich. Dass ich dich nicht mehr schätzen konnte. Das weiß ich. Das weiß ich. Aber... Ich bin eine schwangere Frau. Ich bin seit neun Monaten schwanger. Sehen Sie in dem Buch nach. Die Hormone spielt da und emotionales Chaos. Deswegen stehe ich so neben mir. Und Sie, dessen Aufgabe es ist, mir zu helfen, fragen mich, ob ich überhaupt... Ich bin seit ein sehr Dank, ob ich verg Lehrer nicht drohe. S vind ich nicht mehr so. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank für's Zuschauen! Vielen Dank!